Können Meerschweinchen beißen? Meerschweinchen können beißen, wenn sie es wollen, aber die meisten tun es nicht. Wenn sie doch zubeißen, kann das sehr weh tun, aber die meisten Meerschweinchenbisse sind allerdings harmlos. Diese freundlichen kleinen Haustiere beißen normalerweise nur, wenn sie Angst haben oder sie für einen Snack halten. Alles, was einen Mund hat, kann auch beißen. Heute werden wir uns ansehen, was ein Meerschweinchen zum Beißen veranlassen kann. Und wie viel Beißerei kannst du von deinem neuen Babymeerschweinchen erwarten? Wir erklären dir, wie Meerschweinchenbisse aussehen, wann es zu einem Biss kommen kann und was zu tun ist, wenn es dazu kommt. Beißen Meerschweinchen jemals? Was sie tun sollten, wenn ihr Meerschweinchen sie beißt, tun Meerschweinchenbisse weh? Warum beißt mich mein Meerschweinchen? Was bedeutet es, wenn ein Meerschweinchen sie beißt? Wie man Meerschweinchen vom Beißen abhält, beißt ein Meerschweinchen? Meerschweinchenbeißen Es gibt zwei Hauptkategorien des Beißens, Knabbern und tatsächliches Beißen. Knabbern Knabbern ist eine Form des Beißens, die normalerweise keine Schmerzen verursacht. Ihr Meerschweinchen knabbert vielleicht, um eine neue Textur oder einen neuen Gegenstand zu erkunden. Meerschweinchen können knabbern, um ihre Zuneigung zu ihnen, zueinander oder zu ihren Jungen auszudrücken. Ein Meerschweinchen kann auch knabbern, um sich zu putzen. Wenn das Knabbern stärker wird, kann dies jedoch eine Warnung sein. Wenn ihr Meerschweinchen anfängt, sie Anzucken abbären und die Knabbereien stärker werden, ist es an der Zeit, dies zu bemerken und mit dem, was sie tun, aufzuhören, da sie sonst gebissen werden könnten. Bisse Ein Meerschweinchenbiss verursacht normalerweise ein gewisses Maß an Unbehagen. Um wiederholten Bissen vorzubeugen, können Bisskontext und Bisskraft viel darüber aussagen, warum ihr Schweinchen sie gebissen hat. Je mehr sie aus einem Meerschweinchenbiss lernen können, desto besser sind sie gerüstet, um zukünftige Meerschweinchenbisse zu verhindern. Hier sind einige Beispiele, die Sie berücksichtigen sollten. Haben Sie Ihr schlafendes Schweinchen plötzlich aufgeweckt? Oder haben Sie Ihr Meerschweinchen auf eine Weise gehalten, die es verunsichert hat? Hat Ihr Meerschweinchen Ihren Finger mit dem Futter wechselt? Oder haben Sie es aus Versehen verletzt? Was ist zu tun, wenn ein Meerschweinchen Sie beißt? Wurden Sie gerade von Ihrem Meerschweinchen gebissen? In diesem Abschnitt erfahren Sie, was zu tun ist, wenn ein Meerschweinchen Sie gebissen hat. Die Center for Disease Control, CDC, geben an, dass Meerschweinchen nur selten Träger von Tollwut sind und selbst wenn dies der Fall ist, gibt es keinen Beweis dafür, dass Meerschweinchen Tollwut auf den Menschen übertragen können. Dennoch sollte jeder Meerschweinchen bis ernst genommen und sofort behandelt werden. Der erste Schritt besteht darin, den Schweregrad des Meerschweinchenbisses zu ermitteln. Dies sind nur allgemeine Richtlinien, die eine professionelle medizinische Beurteilung und Behandlung nicht ersetzen können. Der Meerschweinchenbiss hat die Haut nicht verletzt. Wenn der Meerschweinchenbiss die Haut nicht verletzt hat, kann sich ein blauer Fleck bilden. Es besteht jedoch kein wirkliches Infektionsrisiko. Ein einfaches Waschen der Stelle mit warmem Seifenwasser sollte ausreichen. Der Meerschweinchenbiss hat einen kleinen Kratzer in der Haut verursacht. Wenn der Meerschweinchenbiss ihre Haut zerkratzt hat, besteht ein geringes Risiko einer Infektion. Spülen Sie die Wunde gründlich mit lauwarmem Wasser aus und tragen Sie eine antibiotische Salbe auf. Der Meerschweinchenbiss hat eine tiefere Einstichwunde verursacht. Wenn Ihr Meerschweinchen so fest zugebissen hat, dass die Haut durchstochen wurde und es zu Blutungen kam, sollten Sie die Wunde zunächst immer mit lauwarmem Wasser ausspülen. Je tiefer die Wunde ist, desto größer ist das Infektionsrisiko. Wenden Sie sich zur weiteren Abklärung und Behandlung an Ihren Arzt. Tun Meerschweinchenbisse weh? Tiere beißen, weil das Beißen weh tut. Das macht das Beißen zu einem effektiven Mittel der Kommunikation. Mit der Zeit werden Sie lernen, den Unterschied zwischen einem spielerischen Knabbern, das nicht weh tut, und einem ernsthaften Biss, der definitiv ihre Aufmerksamkeit erregen soll, zu erkennen. Warum beißen Meerschweinchen? Je mehr Zeit du mit deinem Meerschweinchen verbringst, desto mehr wirst du über die verschiedenen Gründe erfahren, warum dein Meerschweinchen beißt. Angst Meerschweinchen haben kein gutes Sehvermögen. Aber sie sind in der Lage, in einem Radius von 340 A zu sehen. Was für sie scharf und klar aussieht, wirkt auf ihr Schweinchen wahrscheinlich schemenhaft und geheimnisvoll. Ein aufgeschrecktes oder ängstliches Meerschweinchen wird wahrscheinlich zur Selbstverteidigung zubeißen oder beißen. Milben Meerschweinchen sind sehr anfällig für Hautprobleme wie Milben. Viele Milbenarten sind zu klein, um sie mit bloßem Auge zu sehen, aber ihre Bisse sind sehr juckend und können dazu führen, dass ihr Meerschweinchen wiederholt in die Haut beißt. Sie können auch andere Anzeichen von Meerschweinchenmilben wie Haarausfall, Gewichtsverlust, verkrustete oder nässende Hautstellen oder Rötungen feststellen. Aggression Meerschweinchen sind gesellige Tiere. Sie sind gerne mit anderen Meerschweinchen zusammen, mit einigen Ausnahmen. Intakte Männchen können in der Geschlechtsreife Aggressionen zeigen. Zwei Weibchen können aggressiv sein, wenn keine Männchen vorhanden sind. Ihr Meerschweinchen kann sich auch ihnen oder anderen Haustieren gegenüber aggressiv verhalten, wenn es sich bedroht fühlt. Unsachgemäße Handhabung Unsachgemäße Handhabung ist einer der Hauptgründe für das Beißen von Meerschweinchen. Selbst die größten Meerschweinchen wiegen im ausgewachsenen Zustand vielleicht nur drei Pfund. Diese zarten Tiere können leicht erschrecken oder verletzt werden, wenn sie unsachgemäß gehalten oder behandelt werden. Es ist auch wichtig, Ihr Meerschweinchen daran zu gewöhnen, dass es angefasst wird, sonst besteht die Gefahr, dass sie gebissen werden. Nehmen Sie Ihr Schweinchen immer langsam und vorsichtig hoch und stützen Sie seinen Körper, seinen Kopf und seine Füße vollständig. Um das Risiko eines Bisses zu verringern. Gesundheitliche Probleme Wenn sich Ihr Meerschweinchen nicht wohl fühlt, können Sie davon ausgehen, dass sich sein Verhalten ändert. Wenn Sie keinen anderen Grund für das Meerschweinchenbressen finden können, ist es an der Zeit, Ihren Tierarzt für exotische Haustiere um Hilfe zu bitten. Es ist Zeit fürs Töpfchen Ein Meerschweinchen, das pinkeln oder kacken muss, kann beißen, um losgelassen zu werden, damit es sein Geschäft verrichten kann. Was bedeutet es, wenn ein Meerschweinchen Sie beißt? Es gibt alle möglichen Gründe, warum Ihr Meerschweinchen Sie beißen könnte. Du solltest Dir diese praktische Referenzliste der häufigsten Ursachen für Meerschweinchenbisse merken. Deine Finger riechen nach etwas Interessantem oder Leckerem. Das Meerschweinchen hat sich erschreckt oder verängstigt. Dein Meerschweinchen fühlt sich nicht wohl. Das Meerschweinchen versucht, Ihnen Zuneigung zu zeigen, knabbert. Ihr Meerschweinchen streichelt Sie. Ihr Meerschweinchen muss auf die Toilette gehen. Ihr Hausschwein möchte, dass Sie mit etwas aufhören, was Sie gerade tun. Das Meerschweinchen hat Juckreiz oder Hautreizungen. Ihr Meerschweinchen möchte einfach nicht angefasst werden. Wie kann ich mein Meerschweinchen vom Beißen abhalten? Gibt es eine Möglichkeit, Ihr Meerschweinchen vom Beißen abzuhalten? Können Sie Ihrem Meerschweinchen beibringen, nicht zu beißen? Die beste Methode, Meerschweinchen das Beißen abzugewonnen, besteht darin, die Ursache des Bisses zu unterlassen. Stecken Sie zum Beispiel nicht Ihre Finger in das Meerschweinchengehege oder wackeln Sie nicht mit Ihren Fingern vor dem Gesicht Ihres Tieres. Sie können Ihr Meerschweinchen auch mit positiver Verstärkung wie Leckereien dazu bringen, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, zum Beispiel Sie nicht zu beißen. Je mehr Zeit Sie und Ihr Meerschweinchen miteinander verbringen, desto besser können Sie erkennen, wann ein Meerschweinchen beißen könnte, und Maßnahmen ergreifen, um dies zu verhindern. Sie können Ihr Meerschweinchen beibringen, um dies zu verhindern. zu verhindern. Das ist deine Você-Leckereien-Mix-Leckereien. Sie können Ihr Meerschweinchen mit dieser testament aus. Sie können Ihre 티 nossoER-Mix-Leckereien sein.